Ein schönen Juden, meine Edefunde und Agrarwissenschaftler! Heutiges Tagesguck ist großzügiges Lieferwagenbestellung. Das bedeutet, wir kriegen Erweiterungsgegenstände beim LKW. Gucken wir gleich mal rein. Gibt es denn da... Ja, hier gibt es schon wieder feine Sachen, feine Sachen. Des Weiteren war ja jetzt vier Tage Angel-Event. Haben wir leider nicht geschafft, haben wir leider nicht geschafft. Also ich bin heute Morgen von der Nachtsticht gekommen, war eine verdammt knappe Kiste. Aber wir haben es leider nicht geschafft. So, was kriegen wir denn beim LKW? Gucken wir gleich mal rein hier so ein bisschen. Und zacki! Und dumm, bumm! Und... Ein Holzhammer, ein Holzhammer. Ja, okay, okay. Ja, aber der ein oder andere benötigt das. So, was haben wir mit dem Drehrad? Oh, hier so ein Wasserloch. Jawohl, das wollen wir haben. Zack! Dann drehen wir einmal. Und ja, wir bekommen es leider nicht. Ein extra Dreh. Vielleicht klappt es jetzt aber. Apropos Wasserloch. Kostet ja acht Diamanten. Habe ich noch irgendwas? Ja genau, hier oben. Guckt euch das mal an. Super, super Angebot. Fünf Gleise für 40 Diamanten und dann eine zu kalte Stelle für 40 Diamanten zweimal. Also, das heißt, wir können sie jetzt oder sollen jetzt kaufen und kriegen sie nicht mehr im Drehrad. Ich finde die ja geil, aber 40 Diamanten dafür ausgeben. Äh, nee. Okay, ich finde das ja richtig schön hier. Aber eigentlich sollten sie ein bisschen mehr im Drehrad drin sein oder beziehungsweise Metalle zu kaufen. Oder vielleicht dann einzeln und nicht so teuer. Ja, also acht Diamanten, ja, pro Dingen würde ich jetzt nicht ausgeben, um mein ganzes Land hier mit zu verpflastern. Wobei, Bock hätte ich da schon drauf. Ich finde die richtig geil, aber ich bin da ein bisschen zu geizig zu, für die Diamanten da oben auszugehen. Äh, ist allerdings auch schon weg. Ich hatte vorhin noch gehabt, war es, äh, was war denn das gewesen? Achso, der Tom. Einmal ein Fünf-Sterne-Tom und natürlich, äh, nochmal eine Schubkarte. Auch für 40 Diamanten gab es, nee, Quatsch, 25 Diamanten. 25 Diamanten eine Schubkarte und 25 Diamanten die andere Schubkarte. Das war einmal der Tom und einmal eine Beschleunigungskarte für den Tom. 50 Diamanten für den Tom, äh, finde ich auch ein bisschen heftig. So, wir sammeln hier ein. Oh, wir sind schon über. Dann werden wir hier, kriegen wir irgendwas Besonderes? Nee, kriegen wir nicht. Ähm, komm, wir holen hier mal so ein 30er-Paket. Gucken, paar Diamanten, paar Diamanten wären richtig cool. So, in der Zeit können wir hier nochmal, ja komm, wir schicken hier nochmal ein bisschen was weg. Und dann kann ich hier auch ein bisschen platzen. Ich bin wieder notorisch voll, aber ich glaube, der ein oder andere kennt das selber. Es ist immer, egal wie groß das Lager ist, es ist immer voll. Bei mir ist das, äh, schon gang und gäbe. Außer ich hab auch mal ausgebaut, dann hält das mal so ein, zwei Tage. Aber dann ist auch schon wieder Feierabend. So, was kriegen wir hier? Äh, Landurkunde. Okay. So, hier haben wir Nägel, viermal Nägel. Naja, naja. Okay, man will nicht jammern, ähm, ja, nutzt alles nichts. So, wir haben, wir gucken schon mal schnell in ein Derby rein. Hier kriege ich auch wieder die geile Auspoliergaube. Das machen wir Montag. Wir sind Platz 5. Wir haben die 10. nicht gemacht, weil einmal, äh, wurde eine Aufgabe gelöscht. Passiert, äh, ich hätte nochmal machen müssen, einmal 400er Mais. Und da habe ich gesagt, äh, wir machen jetzt keinen Pokal. Die überholen uns alle sowieso. Das wären rausgeschmissene Diamanten. Wir waren mit, fünf Mann waren wir, waren wir im Derby drin gewesen, glaube ich. Ne, halt, hier, ach, doch, genau. Fünf Mann im Derby. So, neu dazugekommen ist die Chrissy und der Micha. Und wir haben, oh, die Biene hat noch eine 10. gemacht. Ja, ja, wir hatten gesagt, wer möchte, kann es. Ansonsten, egal, äh, ja, wir anderen haben keine 10. mehr gemacht. Lohnt sich einfach nicht. So, das soll es eigentlich für heute gewesen sein. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Start ins Wochenende. Viel Glück da draußen. Schönes Leben. Euer Onkel Jens. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Start.